Fuppe, hallo food, denn I know that you love food too. This video will be in German, so please activate the subtitles. Leute, a big lauginator bacon in meinen Händen. Ganz kaum abwarten, aber noch nie. Eine Laugnbun von McDonalds. Und ja, ich würde gar nicht so viel reden. Einfach nur essen. Schon ein riesen Ding, ey. Krass. Hier, Bacon, Gurken, Zwiebeln, Tomate, Käse. Riesen Paddy. Mal gucken, wie die Soße ist. Ja, hab ich Bock drauf. Erstmal ein bisschen Salat aus dem Weg. Bittes Trig. Triggered. Triggered. Das ist so schön, dasselbe. fandest. Bittes Trig. Katsache. So richtig laugig schmeckt der nicht. Esst drauf nicht, auch kurz eine Serviette. Nicht schlecht. 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 Insgesamt ganz stimmig würde ich sagen. Nette Geschichte. Nicht überragend, aber ganz cool. Ich gebe 70 Punkte. Oh, das war schon für heute. Kurz Episode. Jetzt kommt mein Outro. Comment, like oder dislike. Subscribe, of course, to my channel. Ring the bell. See ya.